Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Gruppe GoFundi AluminiumGuss. Heute möchte ich mit Ihnen über die Gussimulation des Werkzeuges sprechen, welche in unserem Partnerunternehmen Comitooling durchgeführt wird. Die Firma arbeitet mit einem Programm namens QuickCast. QuickCast ist ein spezielles Programm extra für die Durchführung von Gussimulationen. Die Schritte der Simulation sind wie folgt. Zuerst werden die Zuführungskanäle basierend auf unserer langjährigen Erfahrung von mehr als 25 Jahren entworfen. Danach testen wir die Simulation. Hier sehen wir, wie das Aluminium durch die von uns entworfenen Kanäle eintritt, wie das Teil gefüllt wird. Es zeigt uns, ob die Füllung gut funktioniert hat, ob die vom gleichmäßig und ruhig von unten nach oben eintritt bis zum Speiser oder ob es irgendwelche Probleme geben wird. Kurz, wir sehen, ob das Stück richtig gefüllt ist. Jetzt kommen wir zum Erstarrungsvorgang des Zeils. Die rote Phase ist die flüssige Phase des Aluminiums. In der Zeichnung sehen wir das sehr heiße, rote Aluminium und wie es langsam gelb wird. Dies ist die zähflüssige Phase. Von da an geht es dann in eine gräuliche Farbe über. Das bedeutet, dass das Stück fest wird. Wie wir sehen können, erstarrt das Teil von unten nach oben. Das Wichtigste ist, dass keine Stellen bleiben, wo die Masse sich nicht verfestigt. Die letzte Sache, die sich verfestigen sollte, ist der Speiser. Und schließlich analysieren wir die Ergebnisse. Das Programm verfügt über ein sehr komplettes System zur Ergebnisanalyse, das uns auch bei der Entscheidung über Modifikationen der Speiser und Zufuhrkanäle hilft. All diese Schritte verhelfen uns zu einer hohen Trefferquote und Sicherheit bei dem Bau der Werkzeuge. Selten irren wir uns. Durch unsere 25-jährige Erfahrung, einem gut bewerteten Programm namens QuickCast und gut ausgebildete Mitarbeiter, bekommen wir ausgezeichnete Ergebnisse und garantieren für Kundenzufriedenheit. Vielen Dank fürs Folgen und Zuhören. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen und dass Sie sich weitere Videos auf unserem YouTube-Kanal ansehen werden und vielleicht sogar einen Daumen hoch dalassen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.